hallo und herzlich willkommen zurück bei batman und ja wir sind jetzt endlich draußen mal wieder irgendwie kommt mir jetzt wiederholt vor weil es neue aufnahmetag aber den kleinen scheißer den werden wir jetzt hier noch mal ranziehen und ich hoffe mal irgendwie so wo muss man hin ja es ist ja wieder ein bisschen acht wir müssen ja da so quer über das heißt ja wieder durchs ganze feld kommt irgendwie so vor ob haben wir schon mal gemacht irgendwie aber hier laufen die ganzen verrückten rum es aber doof gelaufen ich wollte doch detail gar clever gemacht jetzt aber schnell ich dachte es läuft irgendwie besser aber irgendwie nicht weil ich wollte ja eigentlich hier zum anschließen aber nein gleich sollte ich ja das ist wahrscheinlich besser wenn die denn kommen dass ich die so ein bisschen weg haue da mal da oben sitzen nämlich schon wieder inner und schwingen hoch hier ist mir erst mal gucken wie waren das hier halt klar ist er eben tot falsche taste gut wir müssen da rein rüber und da so lang eigentlich gut werden zwei wege aber ich glaube mal wir gehen hier oben lieber lang weil ich einfach mal hoffe dass wir noch ein paar rät zu finden weil ich mag ja die fragezeichen und das finde ich einfach super weil die fragezeichen denn noch alle kriegen ja er wusste auch nicht gut lang geht der ist aber der ist aber echt schnell im ach guck mal da ist auch noch einer aha hallöchen hi mäuschen na liegt da eine spritze oder was ist das da ne das ist irgendwie so eine dose und man kann es gar nicht erkennen was soll denn das sein wie so ein katheter irgendwie keine ahnung wer weiß wer weiß ne so da vielleicht auch noch einer rum das ist aber doof gelaufen schon wieder so ein ding hat er das abgewährt ich sag mal viel vertragen die ja ne aber das ist ja so nicht so geil blöder lümmel du blöder lümmel so was war das hier visitorhaus ne da müssen wir nicht hin wir müssen weiter hier nach oben hier sind wir ja auch schon zehntausend mal hin und her naja gut hallöchen erstmal in sicherheit nach oben wir sind hier rüber wer denn da oh oh gibt es jetzt action hier hallöchen ah das interessiert ihn wirklich nicht so ne das ist aber Mist boah naja was Glück ihr habt ah ja 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 oh Gott ja jetzt hab ich mir aber schon ein bisschen dahin geschlissen ne denn ich auch ja 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 du kannst du nicht durchwerfen wahrscheinlich ist es so. Den hat er erwischt. Ich will ja gar nicht so lang klatschen. Ich will ja meinen Ruhearm. Komm bloß ab. Oh! Das war ja clever gewesen. Oh, ich sehe da was. Hallöchen, wo kommst du denn her? Du kleiner Pässer. Ey, fall aber jedes Mal drauf rein. Schade, dass er keinen, also nicht noch mehr Finish-Move hat irgendwo, also wenn er einen so... Wisst ihr, war ich meine? Das wäre ja irgendwie cooler. So, wie war denn das hier? Oh, ich habe ein bisschen Schluck auf. So, super cool. So? Ne? Ja. So ist cool. Zack. Da war auch Batman jedes Mal schreckt, dass das... So, du hast es endlich rausgefunden. Was hast du bloß in der ganzen Zeit gemacht? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. So, irgendwie hier soll es noch ein bisschen was heben. Da gucken wir erst mal gleich lang, ob wir hier irgendwie... Hier kommen wir irgendwie nicht nach oben. Okay. Ja, dann soll es nur noch da irgendwie was heben. Kommen wir denn... Da kommen wir hoch. Okay. Da gehen wir denn schon mal ein bisschen gucken hier. Hallöchen. Lass mal dich schon. Ne, Moment. Yeah. Die Edel hat sich in den Jahren wenig verändert. Ja, schön. Der Ruf war ruiniert, aber ich schwor das zu ändern. Okay. Als die Häuser wieder auferstanden, sah ich die Zukunft. Eine wundervolle Zukunft. Aber... Das warte jetzt. Das haben wir jetzt angehört. Dafür bin ich hier hoch. Oh. Dafür bin ich hier hoch, ne? Yeah. So, das müsstet ihr aber... Ne, hier gibt es immer noch welche. Okay. Okay. Aber wir können hier jetzt nirgendwo mehr hoch. Wir könnten probieren da noch, ob da oben was ist. Hier oben ist schon mal nichts. Da ist auch nichts drin. Und hier war jetzt glaube ich auch nichts, ne? Ach, cool. Stopp mal. Ne. Aber er kann irgendwie nicht höher hier, oder so, ne? Tür öffnen. Ja, hier war ich... Hier waren wir doch schon mal. Jetzt fällt es mir wieder ein. Hier war doch... Irgendein Trick, oder? Wo geht's hier hin? Ne, ich glaube, hier bin ich ganz falsch. Hier war das irgendwie nicht so cool, glaube ich. Wir waren doch mal in so eine Tür, wo so ein... Ähm, wie soll ich sagen? Da war so eine zerstörbare Wand. Und auf jeden Fall kamen wir da nicht irgendwie vorbei, oder so. Habe ich nicht da oben was gesehen? Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es hat geleuchtet. Ne, da kann gar nichts sein. Okay. Äh, dann hätten wir das erstmal hier. Hm. Schade. Ich dachte, da ist noch mehr. Sehenwunder, dass die uns sehen können. Wir sind doch hier Batman in der Nacht. Und äh, das ist äh... Eigentlich kann man uns gar nicht sehen. Wir schleichen wie eine Katze. Aber wer ist denn das kriegt da hin? Ah, ok. Das haben wir jetzt noch. Ja, haben wir wieder eins weg, ne? Und wir mussten jetzt Ja, da rein denn, okay Oh, der Heike war schön daneben Ja, und da ging der Aufwärtshaken Der Aufwärtshaken Oh Gott, der Ex solltet heute Lassen, glaube ich, mit dem Sprechen Es gibt auch so Es gibt aber auch so Tage, da denkt man Ist Kackegal, was man sagen würde Das läuft alles schief irgendwie Und heute ist so ein Tag Wo ich denke Hätte ich mal lieber das Maui halten So, ich gehe Immer erst mal schön nach oben Weil ich bin ein kleiner Schisser Was ist denn das hier für eine lustige Gegend Na, das kriegen wir doch gecrackt, oder was hier Fahrt Oh, ich krieg ne Macke hier Mach das ordentlich Oh, ja, warte Yes Jetzt kommen wir hier nämlich auch endlich überall rein Hallöchen So Ah Miam, 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 miam Endlich mal wieder eine Frage zu rutschen Und Tonbahn, geil Von Yeah Joker ist interessanter als ich dachte Wenn das Projekt Titan einsatzfähig ist, wäre Joker das perfekte Versuchskaninchen Guten Tag Guten Tag Heute dachte ich, dass wir zu unseren früheren Gesprächen über deine Familie zurückkehren Natürlich Ich wurde in einem kleinen Fischerdorf geboren Ich wollte immer zum Zirkus Aber mein Vater ließ mich nicht Ich glaube dir nicht Mein Vater war Bulle Er stand eine Woche vor der Pensionierung als der Mord Ich hab den Film gesehen Wovor hast du Angst? Angst? Ja, Angst Da gibt es offensichtlich etwas Etwas, das dich zu dem gemacht hat, was du bist Was? Was, wenn ich zu viel Angst habe, um mich zu erinnern? Es tut mir zu sehr weh Dann kann ich dir helfen Oh, oh Ich würde gerne wissen Die machen ja immer so geile Experimente Und verabreichen ja immer so geile Glücklichmacher Nenne ich es mal so So Pillen mit einem Smiley drauf und so weiter und so fort Ob, ähm Ach, Mann Wenn ich hier nicht durchkomme Okay Ähm Ob das irgendwelche Also ob das Sinn macht bei denen Also ob man das so machen kann Ich glaube, da muss ich drin, ne? Ja Da muss ich echt drin Ach, die Frage ist nur, ob ich da so unbedingt drin möchte Alla Geronimo Hopp Hopp Okay Erstmal wegkauen Oh Gott, ey Ach, da willst du denn jedenfalls noch ein bisschen wegkauen und dann hier Maul Ja Oh Mann, ey Batman, du schlappi, ey Hier, mit denen wollten wir Eigentlich mal Oh 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 Alter, da ist auch schlecht drauf War hier noch was drinne? Kann mich hier damals schon mal hin? Wo bist du denn? Und da oben ist noch einer? Wo bist du denn? Wo denn? Hm? Ach, da oben Mäuschen Warte, warte schon Ich hab den ja, ne Da sucht man aber hier Aber Müssen wir uns auf jeden Fall Bevor wir da reingehen Noch das Leben holen Da bin ich mal ein bisschen so Gespannt Oh, ja, ja Yeah Oh Das mag ich Also die Einstellung ist scheiße Aber ich komme überall ran Das ist das coole Oh, da kriegen wir wieder so eine Yeah Oh Gott, ey Aha Du weißt doch, wie man eine Karte liest Oder detektiv? Na, sicher Na, sicher Ich hab gar nicht geguckt, weil ich jetzt Oh, wir haben Upgrade Das ist ja viel wichtiger Aber wir müssen unbedingt voll sein Annehmen Sonst, äh Ist das doof So Ich will erst mal gucken Kann beliebige Reihenfolge Das ist nicht so cool Äh, im Gefahrenwert wird Automatisch gesündet Aha So, mal kurz hinsteppen Gute Nachtkuss geben Gute Nachti Schlaf schön So Hier waren wir schon überall Ich lauf mal in dem Modus Dann sehe ich den Heine Ja, jetzt können wir da eigentlich Deo schon wegmachen Wo rennst du hin? Äh Hallöchen Kommst du her? Nachti So Geh schlafi Schlafi Ja, sonst hatten wir hier Nichts großartiges Hier waren wir ja schon mal Gewesen Und hatten das hier alles so gemacht Glaube ich, ne? Ja Hier hatten wir alles Da oben waren wir auch schon mal Und sonst glaube ich Hier Weiter war ja nichts gewesen Ne Ja, ist gut Genug aufgespielt Nur Zeit hat wir da reingehen Ich will gar nicht so richtig Aber Naja Oh Ne, den hatten wir schon, ne? Ja, bereits gefunden, ja Schade eigentlich Kannst du hier rüber? Ach man ey Sag mir bloß nicht, dass du zu blöd bist Batman Du alter Lump So, jetzt sind wir auf der Treppe der Wahrheit Noch ein kurzem mal ausruhen Boah, ich hab gar keinen Bock Ivy, das, ähm Das wird so eine ganz, ganz harte Nummer, glaube ich Unser Endgegner Ich, ich weiß nicht Oder Zwischengegner Oder was auch immer Oh, Entschuldigung Ne, ist wirklich so Okay So Wer bist du? Äh, okay Macht ja nischt So, jetzt ist es einfacher Ja, das ging Ja Das ging, äh Das ging, äh Einigermaßen schnell Auf die, auf die, auf die Ja, Löchen So, dann gucken wir uns erst mal Das, Mist, Alter Mist Äh, das ist Mist Äh, okay Äh, okay Hallöchen Das sind mir ein paar zu viele hier, irgendwie Okay Komm, 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 komm Oh Gott, ich hab jemanden gefunden Hier drüben Ich nehm, komm schon, wach auf Ich weiß gar nicht, wer geschossen hat Und warum Oh Hallo Oh, das war Wer war denn da Ich grüße meinen gefallenen Fein Ja 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 Was für ein Tipp Wow Das ist ja nicht so, da ich das nicht probiert habe Fapp Okay Wie viel haben wir denn hier insgesamt Eins, zwei, drei, vier, fünf Sechs Mist, ey Sechs Stück Was schon Ich geh um ihn rum Er ist da oben, über uns Er ist eigentlich, wo er hin ist Ja, voll nach oben Was schon Er könnte von überall kommen Pass auf Hä Oh Gott, ich hab jemanden gefunden Hier drüben Äh, ich hab da dreifachen, oder? Was ist mit dir passiert? Was schon Wer hast du denn auf? Alter Wie schnell stehen die denn auf? Wie sollen wir das machen? Hallo, hallo, hallo Oh Okay Der Loser hatte keine Chance Ja Juff, jetzt hier So Warum hat denn die ja jetzt so schnell geladen? Was Wie mach ich das am besten? Oder am dümmsten? Ich muss mal überlegen, ne? Wie mach ich das am dümmsten? Ich könnte ja hier schon mal Und hier schon mal Ja Ja, aber dann sehen die mich da, wa? Komm her Schöööön Schön für du Jetzt kommt die Du musst in allen Ecken nachsehen Der kann dir überall hauptaugen Und wenn er es tut Blast ihm den Kopf weg Ich bin die Ich bin die Ich bin der Ich bin der Oh 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 Habe ich Habe ich ein Irgendwie umgebracht? Ich sehe immer noch sechs Ich nehme die Tür Er ist ganz oben In den Baumwippeln Wie wir es von diesem fliegenden Schädling gewöhnt sind Sieht so aus, als ob euch da oben ein Geschenk hinterlassen hat Du hast Joka gehört Was war das für ein Geräusch? Kommt hier rüber Alle zu mir Ja 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 Ich komme mit dir Ja, ja Hörst du mich? Mach auf Oh Das war nicht klug Die Bräder muss ich zurück Er ist hier drüben Kommt schon Ich weiß nicht woher hin Irgendwo nach oben Also Es sind nur noch drei Das ist schon mal die Jute Das schlechte ist Ich habe kaum noch Leben Das ist aber auch hier Man ist so Niedergemacht So Ich nehme die Tür Die sind jetzt alle unten Okay Wenn mir jetzt wenigstens einer nach oben kommen würde Ja Hm Was macht man jetzt am dümmsten? Ich sehe mich doch jetzt, wenn ich da runterfäse Ich weiß nicht Und der andere? Da ist er Oh Gott Wo ist er hin? Ich weiß nicht Ich Ich habe nichts Oh, dieser Kampf Der geht schon 80 Jahre Ey Ich wollte gar nicht so lange Aber das ist gerade So fucking spannend Okay Der eine ist unten, ne? Okay Aha Okay Okay Wir kriegen wir Wir kriegen wir situation aber wir haben sie irgendwie gemeisterte kriegt und nächstes mal werden was auch ne ich bin ich gegen die wie preußen